ja hallo an alle hier ist wieder der heiko und heute habe ich kein guide für euch oder mit sondern ich würde euch ganz gerne ein easter egg zeigen und zwar geht es bei dem heutigen easter egg um super mario wer das spiel noch kennt und erst mal schauen wir natürlich wieder wo wir sind wir sind in der unteren linken ecke der altstadt also der zweiten stadt vom sektor null sozusagen auf diesem rechtwinkligen haus ja wir schauen uns hier auch noch mal um dass ihr eine orientierung habt wo wir gerade stehen und um dieses easter egg zu starten oder zu finden müsst ihr euch hier auf diesen schornstein stellen und danach die x beziehungsweise viereck taste gedrückt halten und an dieser in diesem rohr ziehen sozusagen kommt kurz dampf raus und danach könnt ihr welt 1 1 starten so wir sind auch schon in der mario welt wer es hier selbst erkunden möchte sollte jetzt ausschalten zudem sage ich an dieser stelle schon mal danke fürs einschalten wieder mal lasst mir ein abo da bis zum nächsten video und ansonsten könnt ihr euch das video gern noch bis zum ende anschauen was hier passiert wo es hier lang geht viel spaß auch auch aus aus Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, und das war auch schon das ganze Easter Egg bzw. die ganze Welt. Bisher habe ich noch kein zweites Level entdeckt. Ich mache natürlich auch ein Video, sobald ich ein zweites Level gefunden habe. Ansonsten sage ich auch zu euch jetzt auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video. Lasst mir ein Abo da. Tschüss.